Musik Hallo liebe Leute, hier ist Christian von Christians How to Play is there mit dem Hut und willkommen zum Speed Tutorial von Nothing Else Matters und zwar das ist der Chorus, den ich gerade gespielt habe ich werde euch das in 90 Sekunden schnell mit meiner Eieruhr hier zeigen und ich hoffe, ihr könnt das dann schnell und gut verstehen und lernen so, wir gehen jetzt direkt oder wir starten direkt mit Nothing Else Matters Speed Tutorial so, wir gehen vor oder oben gehen wir auf ein auf ein C dann spielen wir ein A dann spielen wir ein D dann legen wir den kleinen Finger auf den dritten Bund auf die E-Seite dann nehmen wir ihn wieder weg dann spielen wir einmal den Mittelfinger, nehmen wir den hoch und spielen da quasi dann unten die E-Seite frei da müsst ihr darauf achten, dass die Finger richtig schön von oben kommen dass ihr dann hier diese E-Seite dann spielt dann wieder den Mittelfinger drauf ja, ba, da, 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 da kleiner drauf, kleiner zurück Mittelfinger hoch, Mittelfinger drauf ok, und dann geht es wieder auf das C A, D und dann am Ende spielen wir das E ja, C A, D D, 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 E und das kommt dann aber erst, ich weiß, beim dritten Mal oder so wird das dann gespielt, also das spielen die dann dreimal und beim dritten Mal kommt dann das E ja, gerade hier dieses D, das ist sehr knifflig von da, 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 da und dann wieder auf das C direkt das muss man ein bisschen üben und da sind die 90 Sekunden schon um ja, 90 Sekunden, lieber Eierruhr, Dankeschön ja, ich hoffe, ihr konntet das jetzt schnell und gut lernen äh, guckt ruhig bei anderen, äh, oder bei meinen anderen Videos mal nach was für Videos ich da schon gemacht habe ich habe so viel schon gemacht, einfach mal im Kanal gucken wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder auch Wünsche hier zu, ähm, den Tutorials vielleicht dann, äh, könnt ihr mich anschreiben bei Facebook bei YouTube, per Mail, per Twitter und, ähm, ja, dann werden wir schauen äh, was ich dann daraus alles dann machen kann ja, liebe Leute, macht's gut, empfehlt mich weiter bis zum nächsten Mal, ciao, ciao und, äh, da, 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 Vielen Dank.